Man sollte auch auf jeden Fall auf seinen Körper hören. Ihr habt ja gesehen auf Instagram, ich habe die Beyond Burger probiert. Und dazu kann ich euch sagen, es sind wirklich wahrscheinlich die besten Burger, die ich jemals gegessen habe. Also der Patty an sich, das ist wirklich, du kannst nicht unterscheiden, ob das echtes Fleisch ist oder nicht. Es riecht wie echtes Fleisch. Wir haben das hier bei uns gegrillt und es riecht tatsächlich wie Fleisch. Ich konnte es nicht fassen, es sieht aus exakt wie Fleisch. Auch die Textur innen drin, die Bissfestigkeit, alles exakt wie Fleisch. Es schmeckt exakt wie Fleisch, alles eins zu eins wie tatsächlich echtes Fleisch. Und es ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Aber das Problem beim Beyond Burger ist natürlich, dass er insgesamt einfach mega ungesund ist. Ich habe zwei Burger davon gegessen, wie ihr auf Instagram gesehen habt. Und mir ging es danach gar nicht gut. Deswegen sage ich, man sollte wirklich auch auf seinen Körper hören. Natürlich am Anfang oder am Ende entscheidet immer der Kopf darüber. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie irgendein Tierprodukt essen willst, dann sagt er dein Kopf, du sollst das nicht machen. Auch wenn dein Geschmacksinn dir sagt, du sollst das essen, natürlich der Kopf trifft die letzte Entscheidung. Wenn man ein kluger Mensch ist natürlich, wenn man natürlich so ein Mensch ist, der sein Gelüst nachgibt natürlich, dann wirst du natürlich immer das essen, was dein Geschmack dir sagt. Egal, was dein Kopf dir danach sagt. Und von daher ganz, ganz wichtig, dass man wirklich da auch auf sein Gefühl hören sollte. Und ich habe die zwei Burger gegessen. Mir ging es so mies danach. Mir war ganz kurz auch übel. Ja, für ein paar Sekunden so ein bisschen, als ich die aufgegessen habe. Und dann habe ich auch drauf geguckt auf die Verpackung, so ganz genau und habe gesehen, da ist wirklich viel Öl drin. Die sind mega fettig. Ich habe gesehen, die haben 19 Gramm Fett auf 270 Kalorien. Da dachte ich, wow, das ist ja mega viel und deswegen habe ich die hier in meine Tabelle eingetragen. Können wir mal kurz rein switchen, wie ihr hier sehen könnt. Hier habe ich den Big Vegan TS. Der vegane Burger von McDonalds hat 34% Fett. Das ist noch gerade so akzeptabel, aber hier, guckt euch das mal an. Beyond Meat Patty, der hat 65% Fett. Also das ist wirklich eine absolute Fettschleuder. Kann man schon fast sagen, zusammengepresstes Fett ist das. Aber ist halt tatsächlich wirklich eine unfassbare Kopie von Fleisch. Wer seine Freunde überraschen will damit oder sowas, absolut empfehlenswert. Aber natürlich sollte jeder wissen, dass das nicht gesund ist. Das sollte jedem natürlich klar sein. Gilt ja natürlich auch für den McDonalds Big Vegan TS. Und weil die Sachen wachsen ja nicht auf dem Baum, sollte einfach jedem klar sein natürlich. Auch wenn ich da solche Kommentare gekriegt habe, wie, ja, du promotest das und jetzt als wäre das gesund und so. Natürlich einfach nur verwirrte Menschen. Von daher, Leute, hört auch auf euren Körper. Und ich werde die nicht nochmal essen, die Beyond Burger, weil die einfach zu fettig sind. Die waren ja auch, ihr habt ja gesehen, ich hatte sechs Stück und die waren natürlich nicht alle für mich. Ist ganz klar, ich habe nur zwei Stück davon gegessen. Und ich werde die nicht wieder essen, weil das einfach, ich habe mich danach zu schlecht gefühlt. Und ich, genau das Wichtigste überhaupt, ich wurde danach auch mega müde. Ihr wisst ja, Fett klumpt das Blut. Und ich habe die gegessen. Ich war so müde. Ich saß hier und mir ist der Kopf so weggeknickt die ganze Zeit. Und das war einfach nur übel. Also da habe ich wirklich richtig gemerkt, wie ungesunde Nahrung mir schadet. Wie mein Körper da wirklich einfach nur nachgibt. Und mein Körper kennt sowas halt nicht. Der kennt diese solche Fettmengen nicht. Da kam auf einmal so eine Fettladung rein, wie damals habe ich euch erzählt. Mit der Frühlingsrolle beim Asiaten habe ich halt reingebissen in so eine Riesenfrühlingsrolle, die war frittiert. Habe ich reingebissen, ist mir das Öl so in den Mund gespritzt, wie sich bei mir der Magen umgedreht hat. Weil du spürst ja schon, oder dein Körper signalisiert dir ja schon, wenn du was in den Mund nimmst, wie das irgendwie für den Körper ist. Und wenn du da Öl reintust, dreht sich bei dir direkt alles um, wenn du dich clean, vegan ernährst. Und ich habe da in die Frühlingsrolle reingebissen. Mir ist so schlecht geworden. Und ja, genau das hat man jetzt wieder gesehen. Ich habe diese Patties gegessen, die natürlich mega, mega ungesund sind. Und ich habe mich einfach so unfassbar mies gefühlt. Von daher, aber das war dann wieder so ein kleiner Weckruf für mich. Ich habe dann am Abend halt mega clean gegessen. Und auch Karottensaft dazu getrunken. Halt nur mega gesunde Sachen. Und am nächsten Tag habe ich mich auch ultra clean ernährt. Also wirklich nur Whole Foods. Und das ist einfach so ein Ding für mich, so ein Signal für mich gewesen. Ernähr dich gesünder. Halt die Finger fern von solchen Sachen. Aber so ein Foodkoma hatte ich noch, hatte ich schon lange nicht mehr. Schon seit Jahren nicht mehr, dass ich irgendwas gegessen habe und mich so fertig gefühlt habe. Weil, ja, das war einfach das. Einfach 65% Fett ist einfach viel zu viel in einem Fertigprodukt. Ja, ein Fertigprodukt zu 34. Da ging es mir eigentlich ganz normal noch. Aber 65% ist einfach zu viel. Ne? Ist ja auch nicht vollständig gebunden und nichts. Von daher, so eine Fettmenge, ne? Verträgt meinen Körper nicht. Habe ich ganz deutlich gemerkt, ne? Wie der sich dagegen gewehrt hat. Wie schlecht es mir ging. Von daher, Leute, hört auf euren Körper. Wenn er euch so ein Signal gibt nach dem Essen, dass irgendwas euch richtig fertig macht und runterzieht und ihr euch schlecht fühlt danach, dann solltet ihr es nicht essen, ja? Und wieder gut machen mit irgendwelchen mega ultra gesunden Mahlzeiten. Von daher, ja, ganz, ganz wichtig. Niemals vergessen, Leute, auf euren Körper hören. Und esst nicht so viele Fake-Meat-Produkte und allgemein vegane Fertigprodukte. Keine gute Sache. Von daher, ne? Nur nochmal ein kleiner Weckruf für euch auch. Hört auch euch, hört auch auf euren Körper. Und dann wird alles gut. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Peace.